So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Genaya und Hannes sind noch da. Wir sind jetzt gerade im Wohnzimmer, ich nehme das jetzt kurz hier auf. Ich freue mich auch schon auf die Raid Mania heute Abend, die erste Xerneas Raid Mania. Zwei Stück wird es ja geben. Bin mal gespannt, ob da ein Shiny kommt, denn ich lasse es momentan ja ruhig angehen. Ich warte also auf eure Einladungen heute 18 bis 19 Uhr. Es wurde auch schon öfters gefragt, wann gibt es denn Xerneas Raids für Zuschauer. Aber ich möchte ungern mich fünf Stunden da hinsetzen und Leute einladen zu einem Raid, wenn ich zwei Leute hier sitzen habe, mit denen ich was unternehmen kann in der Zeit. Deswegen wird es das erst geben, wenn der Besuch komplett wieder weg ist. So, ich will jetzt aber nicht lang reden. Wir fangen jetzt an mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Pennerbeutel, der ist nämlich Glücksfreund mit mir geworden. Wir haben auch direkt getauscht. Ich warte schon ewig, dass wir Glücksfreunde werden, weil der eine ganz besondere Sammlung hat und erweitern möchte, bei der ich ihm helfen konnte. Das seht ihr aber gleich. Dann Genaya ist Glücksfreund geworden. Ich glaube aber mit dem kleinen, mit Vivala Ramses, dem Account, könnten wir eigentlich auch jetzt tauschen. Aber ich muss ja auch die Gewinner noch bespaßen. Ich habe noch mehr andere Glücksfreunde, weil Genaya weiß ich, die erreiche ich jederzeit sozusagen. Deswegen hebe ich mir solche Leute dann gerne auf. Shuri zeigt uns kommendes Halloween, wie das Spiel aussehen könnte, wenn ihr plötzlich überall Straßenlaternen habt und die Stops einfach orange sind statt blau. Das sieht auf jeden Fall interessant aus, aber ist natürlich Quatsch. Das Ding ist nämlich schon so alt. Das ist schon so oft gepostet und gezeigt worden und die Leute drehen immer wieder durch. Dann haben wir hier Cumulus aus der Forschung auf Cumulus 1066, der kleine Account. Dann nochmal Cumulus 1310 aus dem Fünfer-Ei, ein Shiny Rabouts. Und so ein Shiny Rabouts hat Serkan Chau von mir auch noch bekommen. Aber das auch gleich, da sehen wir euch, was daraus geworden ist. Dann hier der Tausch mit Pennerbeutel, der sammelt nämlich legendäre Lucky Pokémon auf Level 1. Und ich habe, der war sehr aufmerksam, hat gemerkt, dass ich jetzt schon zwei Gala Arktos aus dem Rauch bekommen habe, aus dem Abenteuerrauch. Und eins davon Level 1 war, und da ist er komplett ausgerastet, er wollte unbedingt dieses Gala Arktos haben. Für seine Level 1er Sammlung haben wir gemacht, habe ich ihm gegeben, hat jetzt WB50. Ihr seht, der Bogen ist wirklich komplett links. Und dann haben wir hier ein Bild von TickKickslord. Ein Raid 3 Shinies vom Garados Raid Day. Drei Shiny Garados. Henry Nicky auch aus dem Abenteuerrauch, Shiny Dodo mitgenommen. Erster Raid hier Xenias, direkt auch Shiny gewesen. Shiny Nux hatte Geburtstag gehabt, als er noch da war ist. Dann als er nach Hause gekommen ist, hat er Geburtstagsgeschenke von seinem Kind bekommen. Schau mal, was mein Kind gebastelt hat. Echt süß. Ein mega großer, übergroßer Styropor-Pogeball, gefüllt mit Süßigkeiten und Leckereien. Bloß dann hier ein richtig geniales Gengar-Shirt. Das ist Scheinux, den habt ihr vielleicht gesehen in den Videos, die zuletzt so kamen. Sieht aus wie Curse, ne. Dann bin ich mit Thomas Glücksfreund geworden, aber nicht euer Thomas Moonlight, sondern der Joel Thomas, der hoffentlich heute auch in der Rage-Stunde wieder einladen wird. Und wir gemeinsam raiden. Dann Serkan Chau, hatte damals mir nämlich geholfen, die Shiny Icognitos voll zu machen. Deswegen hatte ich versprochen, sobald wir wieder Stufe 3 sind, kriegt er, sie ist, ich weiß es nicht, das Shiny Rabouts von mir, das war es mir wert. Habe mittlerweile auch zwei Shiny Rabouts, beziehungsweise drei. Also eins getauscht und zwei, die ich selber gebrütet habe. Ist auch lucky geworden. Ich habe nämlich ein altes Rigi-Eis genommen. Da mir das noch als Hunderter fehlt. Und ist lucky geworden mit blauen, Team Blaubewertung. Das habe ich, dann muss man es schnell wieder wegmachen. Kaiser Kai hier auch, 100% Erlöses, Kleinstein. Kaiser Kai auf dem Weg zur Arbeit, einfach so mitgenommen. Shiny, Makohita, Aluhut, Hunderter, Trassler. Dann ein Galar Lavados. Auf dem kleinen Account, was er sich dann rüber getauscht hat, auf den großen Account, zwar kein Hunderter, aber es hat sich gelohnt, den auf meinen Main zu tauschen. Gleich viel besser geworden, wenn ihr das mal seht. Der hatte hier einen Stern, dann hat er plötzlich drei Sterne gehabt. Also die Werte, plötzlich alle über zehn gewesen. Und Aluhut noch Shiny Sichler, Shiny Nato, auch Shiny Makohita, Shiny Teddy Ursa. 100% Xerneas beim Aluhut. Noch ein Shiny Skorkler, Luigi Sarada mit dem Shiny Ibeltal. Ist er jetzt nur weg, sehr näher ist da. Habt ihr alle ein Shiny Ibeltal bekommen? Ja, nein, schreibt es mal in die Kommentare. Montagsei, Sören. Sören aus dem Montagsei. Ein Shiny Elekit, ist das nicht schön? Guck mal, erst weiß, dann rot, gleich platzt der Hurt. Und Poga Honda, Sex, Sex, Toxiped, Miltan, Sichler, Rihon, alles Shiny. Und dann hier Pipi und zwei Garados für Raider am Mittwoch. Auch vom Garados Raid Day natürlich. Er hat mit dem Marius eine schöne Grippe dagelassen, als er gegangen ist. Dem ging es die letzten paar Tage nämlich genau so, wie es mir jetzt geht, gefühlt. Anarod und Roxy hier, 100% Glückslichtel. Sehr passend. Ist ja ein Lichtel C-Day am Samstag. Kann man jetzt dann direkt am C-Day entwickeln. Gleich mit C-Day Attacke. Also ein perfekter Zeitspunkt. Strange Laugh, auch Glücksfreund geworden. Müssen wir mal gucken, wann wir tauschen können. Tiso, das nehme ich doch gerne mit. War in einem Pokestop direkt vor der Haustür. Vor der Haustür, Shiny, Pandi, Nummer 4, genau. Dann droht 12 Raids das drittperfekte bekommen und vier Shinies kann man mal machen. Ich hoffe, das heißt das so. Das drittperfekte, nicht drei perfekte, oder? Drei perfekte? Nein, das drittperfekte wahrscheinlich. Vier Shinies aus 12 Raids. Das ist eine sehr gute Ausbeute. Chevy A. zeigt uns hier. Der hat seine Starter. Krypto-Shiny-Familienitz vervollständigt. Bisa Sam, Plumanda, Shigi. Die ganze Reihe voll als Krypto-Shinies. Hätte eigentlich schon gar der Woche sein können. Wenn ich mir das gerade mal so überlege. Chevy, weiterhin hier. 100% Krypto-Zoom-Packs auf Level 50 mit 3.362. Sehr cool. Nummer 2 ist geschlüpft. 100% Karibas. Galapaflos, Karibas, Familie voll. Mir fehlt ein Galapaflos, damit ich auch die Familie voll habe. Dann hat er hier noch ein Shiny Psy-Jau gebrütet. Dann ein Bild, was ich sehr genial finde. Ich eigentlich auch gar nicht nachvollziehen kann, das mir aber immer wieder auffällt. Da ist eine alte Frau und sagt, es hat 84 Jahre gedauert, bis sie ihre Aufgabe endlich fertigstellen konnte, dass man einen Schnappschuss von Landeros machen soll. Also ich glaube, das ist Demeteros oder so. Und konnte dann endlich diese Forschung lösen. Warum ist es so genial, als damals die drei Teile da waren, Demeteros, Woldelos, Boreos, du hast einen Raid gemacht, du hast dann einen Schnappschuss gemacht von deinem Teil und dann war das Ding fertig. Und kurz nachdem die aus den Raids weg waren, ging es los. Hey Leute, ich muss Schnappschuss machen von Demeteros, aber ich hab keins, wie soll ich das denn lösen? Ey, dass du Raids machen müssen, als die da waren, weil die Aufgaben und die Raids waren gleichzeitig da. Jetzt musst du dir eins tauschen oder du musst warten, bis die wieder reinkommen. Und das hast du die folgenden Monate immer wieder gehabt. Immer wieder jemand in einem Fanschat oder woanders, hey, ich hab da so eine Aufgabe, ich muss einen Schnappschuss machen von Demeteros. Wie geht das? Und dann wieder, als du raiden müssen? Oder, musst du halt so machen, ich hab's also nie verstanden. Aber ist mittlerweile zu einem Meme geworden, genau wieder das. 84 Jahre hat's gedauert, dass man endlich diese Aufgabe dann abschließen konnte, weil die dann zurück in die Raids gekommen sind oder so. Selal, das war glaube ich schon ein Selal-Bild. Selal lässt nach, hat nur 80 Bilder geschickt diesmal, statt 250 wie sonst. Auch hier 100% Lichtl, passend zum C-Day, Shiny Porender hier, Shiny Natu. Dann Limited Time Only, die besten Boxen der Welt. Wir haben die Trashbox, die Scambox, die WTF ist this box, ne, die Garbagebox. Not Buying this box und What Kind of Bullshit ist this box. Welche Box findet ihr am besten? Schreibt's mir in die Kommentare, dann haben wir hier, wenn der Yentic einfach der Tom Cruise wär. Ja, dann hätten sie den Shiny Schalter einfach umgelegt und sich gefreut, dass die Leute sich wundern, wieso sie keine Shinies kriegen, weil die es einfach abgestellt haben. Perfekt. Selal hier auch Shiny Garados mitgenommen wurde vom Raid Tag. Noch ein Glückslichtl in 100%, kann er sich also gleich zweit durchentwickeln. Dann gibt's schon wieder die ersten Memes. Richtig spoilermäßig, dass Girafarik nur eine Weiterentwicklung bekommt in dem neuen Spiel oder so. Kamesin Purpur und die Leute sich jetzt darüber auch schon wieder lustig machen. Aber ihr seht, der Schwanz hinten geht dann zu dem Kopf als Kapuze und will ich mich gar nicht mit befassen. Annika zeigt uns Ausbeute vom Garados Raid Tag. Drei Shiny Garados und ein Shiny Girafari hier mitgenommen. Zwei Shiny Absol, ein Shiny Dicta, Elke, Shiny Xerneas, Shiny Sichler und Shiny Crypto Shiggy plus Bakaisi Account, Quickel Shiny, Punita Shiny, Kirdia Shiny, Nachtara Shiny, Heiko mit einem 100er Xerneas am 19.10. Das Datum ist wichtig. 100er Pantimimi gebrütet, Shiny Xerneas und nochmal 100% Xerneas am 10.10. Also 200% Xerneas in zwei Tagen bekommen. Heiko noch mit dem 100% Mediti aus der Go Battle League, aber den Screen habe ich nicht mehr dran. Benjamin, Dua Raid gemacht wieder gegen Mega Garados, 118 Sekunden Restzeit und Belohnung, ein Shiny Garados bekommen. Dann Dua Raid gemacht gegen Mega Voltenso, 137 Sekunden Restzeit. Thomas Speck, auch richtig stark, wollte ich auch erst als Schocker der Woche nehmen, weil der hat einfach diese befristete Go-Kampflieger-Forschung durchgespielt. Komplett alle fünf Seiten, wo du ja, glaube ich, 100 Kämpfe gewinnen musst in der Go Battle League. Gut, das ist für manche vielleicht nicht schwer, aber das ist der erste, den ich bisher kenne, der das gemacht hat. Ich bin immer noch auf Seite 1, weil ich so selten GBL zocke. Du müsstest also wahrscheinlich insgesamt 500 Kämpfe gewinnen, damit du hier auf der letzten Seite bist und dann das abholen kannst. Wenn ich mir die Belohnung angucke, ist das in der Mitte bestimmt sehr interessant. Thomas Speck, dann außerdem hier noch 100% Xerneas. Lennart, Mega Garados Duo mit Jenna, so circa 60 Sekunden war noch auf der Uhr. Da muss ich nochmal zurückgucken wieder, dass wir den direkten Penisvergleich haben. 60 Sekunden hier, waren noch 118 Sekunden drauf, das heißt, der Benni hat gewonnen. Lennart natürlich auf dem falschen Account, wie immer, ein Shiny Voltenso aus dem Mega Voltenso Raid. Skandal-Para nach 22 Raids, das erste, Shiny Xerneas. Jetzt ist der Knoten, endlich ihr Platz, läuft das zweite dann auf einmal hinterher. Julian Eisenstein, auch ein Shiny Xerneas bekommen. Henry mit dem Abenteuerrauch, noch ein Shiny Vulpix. Hat ja lange genug gedauert. Jetzt mit dem Husten. Cumulus, hatte ich fast übersehen. 100% Vulpix, Chevy, jetzt habe ich alles, was ich wollte. 100% Krypto-Giropharic, Brainy Stendhal, ausgebrühter Shiny McBeal. Das waren die Highlights der Woche und jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Lukas. Aber der teilt sich den Schocker der Woche mit Hannes. Ich habe die ganze Zeit, wir waren gestern unterwegs, haben ein Raid gemacht. Hannes Schenaya. Hannes so, oh mein Gott, 100% Shiny. Und ich, ja komm, erzähle nicht. Hannes dreht so rum, zeigt den Empfangbildschirm 2160 mit einem Xerneas drauf. Aus Hildburghausen, war mal live vor Ort hier, haben gezockt, haben ein paar eingeladen aus der Community. Hat es jetzt auch Ramseas genannt. Und dann habe ich gesagt, Hannes, das ist genial, das wird sicherlich Schocker der Woche. Bei Eviltal haben viele gesagt, sie haben einen Schondo bekommen. Keiner hat eins eingereicht, keiner hat eins gezeigt. Die Leute haben halt viel geredet. Hier haben wir einen Schondo jetzt gehabt vom aktuellen Raid-Boss. Das fand ich cool. Und vorhin beim Durchwühlen, abscreenen sehe ich, Lukas hat einfach auch ein 2160 Shiny Xerneas. 100% Empfangscreen, hat es dann gefangen. Zaragoza 810, das ist 1110, das ist 1810. Das heißt, Lukas kam zuerst. Hannes hat mich total überrascht. Deswegen teilen wir den Schocker der Woche einfach auf. Soll eigentlich was Einmaliges sein, ist dadurch nicht mehr einmalig. Aber für mich war es ein Schock, dass ich, ich selber habe noch kein einziges Schondo aus einem Raid gezogen. Von einem Legendären. Und Hannes hat das bekommen und ich war dabei. Deswegen ist das für mich, da steckt sogar jetzt noch eine Geschichte dran. Lukas, dasselbe Teil, sehr stark auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall auf heute Abend. Dann Raid Mania, eure Einladungen. Vielleicht kriege ich ja heute Abend auch ein Schondo. Ich brauche eigentlich nichts mehr, außer ein Shiny. Ein normales Shiny würde mir reichen. Dann bin ich mit dem Ding auch fertig. Und wenn ihr jetzt nochmal Adi sehen wollt, kann ich euch den auch zeigen. Denkt dran, heute Abend 18 Uhr Raid Mania. Ihr ladet mich ein, ich nehme an. Wir werden dann eine Stunde durchzocken. Darauf freue ich mich. Und heute kommt auch Raw. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Peace out, for out, euer Ramses. Jetzt könnt ihr nochmal einen Adi begutachten. Der liegt nämlich hier in der Ecke und schläft. Der hat sich da irgendwie auf ein T-Shirt gelegt. Und ich habe dann eben meinen Pullover ausgezogen. Und habe den Pullover einfach auf ihn draufgelegt. Weil ich dachte, okay, da friert er nicht. Obwohl, als ob eine Katze frieren würde. Die haben doch eh so Fell und so Zeug. Deswegen. Jo, und jetzt hat er gerade geschlafen. Und wenn man so denkt, was will der denn schon wieder? Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses. Adi, Schatz. Nicht erkälten. Tschüss. 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 Tschüss.